Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League Rumble. So mit dem Steven. Hallo. Hi. Ich hab grad voll verpeilt, Alter. Ich hab aussehen L3 gedrückt, weil ich dachte, so macht man diesen Sprint da. Aber man muss ja Kreis drücken. Und ich dachte schon, ich kassiere so ein Gegentor, was? Ja, Leute, gab es lange kein Rocket League mehr, aber jetzt gibt's wieder mit zerstörischer Leistung. Mit zerstörischer Leistung ist gemeint, dass Steven zerstört wird. Wie denn sonst, Alter? Ohne Steven. Ne, ne. Bin ich nicht einverstanden. Aber ich schon. Erster Ballkontakt. Das ist auch, glaub ich, ne neue Map, gell? Also, ich kenne die... Wir haben grad eigentlich eine Testkunde gemacht, aber davor kannte ich sie jetzt nicht. Jo. Warst du ein Eigentor? Ach, das war ich jetzt. Du blickst es nicht, Alter. So, der geht rein, Alter. Locker! Ich hatte nicht mal mehr Boost, Alter. Ich konnte nichts machen. 2-0, mein Lieber. Ist doch schon mal gut los? Für dich, ja. Für mich, nein. Erster Ballkontakt, damit zerstör ich dich jetzt. Und mach jetzt mal fast eine Eigentor. 3-0. Das ist doch schon mal ein guter Beginn für Rocket League. Ein gutes Comeback, meine ich. Du bist jetzt doch so ein Witz. Alter, du wirst grad zerstört, mein Lieber. Ich hab's ja vorher noch gesagt. Verstörung von dir. Weiß, ich flieg halt noch. Weg damit, Alter. Einmal aufs eigene Tor. Nein, 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 nein. Ich bin zu weit gefahren. Ich bin eh zu weit gewesen. Ja, egal. Ich dachte trotzdem, Nummer sicher. Vielleicht gewinne ich ja heute mal zu Null. Also nach einem Sieg sieht es auf jeden Fall aus. Ja. War mir klar. Ich hab's schon gehört im Hintergrund. Ich hab's gehört. Nein, der geht nicht rein. Nein, 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 nein. Du Wichser. Direkt nochmal, Alter. Und ich leg ihn dir nicht auf. Bam. Vorbei an dir. Nein. Ich wollte dich schlagen. Scheiße. Nein, nein, nein. Bisschen früher. Bisschen früher wäre besser. Wie schon lange ist das passiert von Toren her, Alter? Und der Testmatch war ganz voll spannend. Lange 0-0 und dann am Ende glaube ich 3-2. Aber jetzt? Ja, jetzt ist das Leben zu... Aufgeheg. Genau, jetzt zu Aufgeheg wegen der Aufnahmen. Nach dem Sieg in den Dings haben... Ah, ich dachte, geht rein. Nein. Du hast mir aufgelegt mit der Reine. Ja, ja, ich weiß. Ist aber nichts passiert. Du Wichser, du gehst da weg. Ich hab' jetzt zwar aufgelegt, aber keine Torvorlage. Nein, nein, nein. Ich hab's auszusehen aktiviert. Ich hab's auszusehen aktiviert gehabt. Alter. Nein, 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 nein. Okay, 4-1. 4-1. Ich hab's auszusehen aktiviert gehabt und deswegen... ...muss ich mich beeilen. Da. Da. Alter, die Musik im Hintergrund sind. Ja, das ist so geil, Alter. Wie, wie, so in der Farbe zu der kleinen Gitarre, Alter. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was, was du meinst. Also, was das mit der Musik ist. Von nach jedem Tor weißt. Nach jedem Tor halt. Junge, aufahne 4-2. Das hat sie mir nicht gefallen. Das ist mir egal, was du dir nicht gefallen lässt. Nee, ich hau einen drauf. Das ist ein Comeback. Du haust gar nichts raus. Bah, 5-2. Ja, übrigens. Das ist eigentlich noch schlechter, wenn du mir die Bälle auflegst. Also, du brauchst dich hier nicht zu beschweren. Du kleine Sippel. Ey, fass mich nicht an, Alter. So. Weg mit dir. Nein. Haha. Weg da. Jawohl, Alter. Du kommst hier nicht mehr ran. 5-2. Obwohl, ich will das 6-2. Komm, 6-2. 6-2. 6-2. Das ist doch ein gutes Ergebnis. Ich hab keinen Boost. Nein, nein, das war blöd. Ich musste noch ein bisschen abwarten. Dann würde er sich senken und dann wäre er drin. Aber so. Nein, das war so knapp. Ich hätte ihn fast geblockt. Egal, Sieg ist Sieg. Scheiße, du. Ich höre sie nicht, wie gesagt. Die ist so geil. So die Country-Munik. So richtig schlecht. Na, Alter. Der ist sogar so rein. Alter. Ich hab mich mal handgefasst. 5-4. Schau mal, der ist halt direkt rein. Ich hab ihn nicht mehr berührt. Ich wollte noch voll, aber dann hab ich gesehen, ach der ist ja selber rein. Ach du Scheiße. So, letzte Chance eigentlich. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, der muss rein, der muss rein. Du machst ihn selbst nochmal. Nochmal ein Eigentor als Krönung, Alter. Ja, du kannst theoretisch drauf gewinnen, aber ganz ehrlich, daran glaubt keiner mehr. Der Kuchen ist zu. Ja, das war's. Komm, eins noch. Nein. Ja. Geil, geil, geil. Ich hab Spikes bekommen. Ach so. Egal, Leute, das war's dann mit dieser Folge. Steven wurde nicht zerstört, aber ich wollte ihn zerstören. Ich bin traurig. Aber immerhin kam mein Comeback noch. Mein Comeback kam noch. Ja, egal, das war's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen, aber ich bis zum nächsten Mal und tschau. Tschau.